Ich geh kurz pinkeln, aber ich hab schon mal ready gedrückt. Ja. Sorry, kann ich was zu trinken? Ne, warte, wenn ich auch. Mikrofon muted. What is going on? Oh scheiße! Der looted da unten. Ich bin weit weg von euch, ihr müsst es erst mal alleine regeln. Was hast du für eine Waffe? Winchester ins Knie. Winchester ins Knie? Ich hab wirklich voll in sein Knie geschossen, aber es riecht dich an. Bam, Winchester ins Knie. Habt ihr mal bitte alle stehen. Flieger. Was ist denn, ich laufe doch hier rum. Achso. Ja. Klappe halten. Sie sind im Westen. Alles klar. Ich bin gelauncht wie ne Rakete, Alter. M24 mit 8-fach Scope im Drop, das wär ein Traum. Schickpad, Schalldämpfer, Magazin rein und dann geht's ab. Oh nein. Mein Call war fast weg. Ich hab äh noch. Wow. Wow. 173 Schuss über. Ich kann nicht mehr... Hä? Oh. Du hättest wow sagen müssen. Wow. Das macht auch Sinn, was du gesagt hast. Also da gibt es halt immer, ne? Tiger, du sagst natürlich nicht sinnloses Kram, aber... Das ist aber... Das wollt ihr mich verarschen. Ey. Sie rufen mich an. Wow. Guten Tag. Okay. Alles klar. Ja. Alles klar. Wie sollen Sie beschützen? Sie hatten 2-fach und 4-fach. Wow. Oh mein Gott, das ist wieder so eine klassische Jasmin-Aktion, ne? Ja. Damit mein Hund aufhört hier so rumzuheulen. Man nervt mich tierisch. Tierisch, ne? Das ist Tierrassismus. Was? Hier ist noch ein Kilometer. Oh, ihr hättet gucken müssen. Nee. Kam doch voll geil über den Berg gesprungen, ey. Ihr müsst sowas... Tiger, die müssen sowas filmen. Filmen? Schauen sie noch mal zurück. Ey. Dann tun wir so, als wär's das erste Mal. Als wär's nicht vollgestellt. Warte Jasmin. Was? Dass du so tust, als wär's das erste Mal. Ach nee, das war voll doof. Ey, hier oben liegt ne Kf90. Will die mehr? Ich hab schon eine. Ja? Boah! Tiger, ich muss jetzt nur noch mal den richtigen Winkel... Ah ja, hier bin ich eben lang gefahren. Okay Tiger, ich fahr jetzt noch mal zufällig lang. Ja, ja, ja. Ich guck zufällig dahin. Ja. Oh, war das hier? Ja, hier war das, glaub ich. Ich komme! Team! Das ist, äh, ein Zufall. Das ist ja so ein Zufall. Ah! Ich bin begeistert. Ich auch. Danke Frank! Kein... Auuu! 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 Das ist voll niedlich. Die wackelt die ganze Zeit mit dem Schwanz und ich das mache. Ich auch. Was? Was? Okay. Ähm... 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 Das ist Tiger mit einem... neuen Mikrofon. Tja, ich sag's mir ganz so... Du klingst das, ne? Das... Ich bin jetzt auch schon mal eins vorher. Ja. Aber jünger, oder? Ganz leicht. Ja. Nein, ich bin... Aber... Basslastiger. Ja, das ist auch... Ja, das ist ein Rote. Ähm... Ist ein Rotes... Was? Ja, ja, ja. Die Farbe, die ändert schon was an der Soundqualität. Du weißt? Gar keine Frage hier. Jo, fast auf den Tisch gekotzt. Aber ist okay. Mir ist einfach... Diese Haltstange ist schon wieder am Hals stecken geblieben. Du hast auch keine... Echt... Aber... Verfrischend. Wait, what? Hä? Nimm mal vor, jemand kommt einfach zu dir. Hältst du dein Muskel auf? Du ruhest das so... Du pustest und kotzt dir so einen Spackgottes. Soll ich pusten? Bitte... Schenk mir nächstes Jahr mehr. Ja. Bitte schenk mir nächstes Jahr mehr. Jasmin lebt den Kapitalismus. Er ist der Kapitalismus. Die IST den Kapitalismus. Ja, sie IST den Kapitalismus. Ja, sie IST den Kapitalismus. Ich esse alles muhahaha. Denied. Weil er ist mir gerade einfach nur so... Wait, sitz. Oh Gott, ey. Aua, warum haben wir Zeros noch Testen holen? Ich guck mir platzi viel zu witzig. Ich... Nein, der liegt hier. Oh mein Gott. Voll der sweete Dude. Ja man, ich würd voll gerne in Gelm sprechen. Wo ging gerade an? Jo Leute, er ist schwarz. Ich glaub er umführt mich. Jasmin's töten und sein Auto liebt. Da steht Ficko auf dem... Mann, ja, aber ich glaub nicht, dass der Ficko meint. Doch. Nein. Schluck auf. Schluck ab. Und wieder Schluck auf. Ja, Schluck ab. Mann, jetzt wird's so blöd. Manchmal hasse ich mich dafür, dass ich mit euch was mache. Tja, äh, Silencer Shots. Ähm, nein. Ah ne, sind die Bomben. Silencer Shots sind die Bomben. Ja. Ja, aber ich brauch die auch. Ich hab nur 60 Schuss und ich hab ne SKS. Hä? Wie hast du das genommen? Er ist ein Zauberer. Kurz, man tut ihm die Farbe um mein Mann. Was? Wenn Farbe um... Ich hoffe, das hängt nicht am Schluss am Malen. Nein. Das war grad so ein Gedankenfluss von mir, dass ich... Da hat meine Tasse mal ein... Fuck you. Jaja.